Ich wollte trotzdem nur zwei Autos fahren. Das ist hier aber die Schlange der zweiten Seite. Die Frage ist, warum ich so Absätze drin bin. Und dann sind wir halt in der Innenzeit in der Mitte gerade. Bis ich das dann soweit aufgeschaut bin, dass ich immer weiter außen tanze. Und die anderen sagen immer, dass es dir zuerst nicht geht. Du kannst zwar die 8 Meter der Mitte überhaupt nicht fahren, weil die ist halt wirklich eher unmöglich. Und dann laufen da auch noch Großgänger. Und dann waren das etwas besser, wenn wir jetzt die Mitte töten. Ich höre jetzt schon mal eine Fug sich dabei. Und dann sind wir mit meiner Pust. Wieso ist die nach der Fugendakon? Ich habe es schon mal fünf Kilometer weiter gefangen, nur jetzt eine kleine Wiese ist. Und dann habe ich das auch eine bemerkt. Wenn ich das nicht gerade halb. Wenn man jetzt dann mal 5 Kilometer weiterfahnt, bis zu einem Bucht kommt, wo er halt gedacht hat, nun ist eine kleine Wiese.